Questgegenstände du hast einen neuen Questgegenstände erhalten und bereit die noch für den Einsatz vor in dem du ein Inventar an der richtigen Stelle platziert und dann im Schnellzugriff auswählst ok im Schnellzugriff auswählst Questgegenstände 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 Quest 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 Bisschen ne Ach da Ähm Hier ist es! Leg die Maske an! Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf bis wir alles gesehen haben! Geh nicht zu weit weg! Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt! Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor! Die Frau war Ciri! Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer! Sie sind wohl hier entlang gegangen! Komm! Suchen wir die nächste Stelle! Vielleicht Ciri und der Elfenmagier? Mhm Ach! Seine Steine! Pass auf! Ui! Ui! Was war das? Irgendeine magische Explosion! So stark, dass sogar das Echo gefährlich war! Ich wette die hat den Wald zerstört! Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt! Ich hab sie entkommen sehen! Ich bin gespannt wohin! Wo war ich auch! Das ist so schwer, dass ich auch dabei habe! Ja! Gefällt mir nicht! Mir auch nicht! Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance! Ich weiß, was du denkst! Aber keine Sorge! Ciri kann auf sich aufpassen! Naja! Naja! Er kommt schon fertig! So! Weiter geht's! Warte ein Wetter! Jemand jagte Ciri! Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet! Sie ist durch ein anderes Portal entkommen! Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Wählen hin! Kannst du herausfinden, wohin Ciri's Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein! Ich versuche es herauszufinden! Komm! Dieses Rumgebrülle die ganze Zeit! Ich meine, das ist klar! Das Gewitter ist laut! Das will ich ja überhaupt nicht irgendwie anders behaupten! Aber... So, wieder ein Liebling! Bereit? Benutze die... Toller Kampf! Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet! Ein Magier? Sieht so aus! Das waren Ciri's Begleiter und der, der sie verletzt hat! Woher weißt du das? Ich weiß es nicht! Ich schätze nur! Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf! Ciri hat einen mächtigen Verbündeten! Ja, gut, dann... Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Hm... Seine Spur führt auch nach Velen! Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciri's! Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben! Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen! Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt! Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war! Hm... Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter! Ja, in der Tat! Na gut! Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen! Es klart auf! Moisak hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht! Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben! Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt! Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Haben wir schon! Seid! Reg dich ab! Der Sturm ist vorbei! Ihr habt alles unter Kontrolle! Noch! Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch! Hier ist deine Maske! Sie ist wertlos! Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen! Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Pfarr und Ob! Ich rede mit Geralt! Du... Mit dir bin ich noch nicht fertig! Also... Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde! Hmm... Angesichts des Waldzustands klingt das eindeuchtend! Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht! Aber wir wissen, dass Ciri hier war! Kam mit einem Magier aus einem Portal! Jemand jagte sie! Sie kämpften! Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen! Wohin? Wohl nach Velen! Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet! Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer! Und? War's das? Hmm... Wir haben etwas Interessantes herausgefunden! Eine Sache müssen wir noch untersuchen! Hallo, ist hier eine Leiche? Da ist etwas unter dem Baum! Kannst du? Ich kann! Gerard, bitte geh zur Seite! Gerard, bitte geh zur Seite! Gerard, bitte geh zur Seite! Die Rüstung ist sauber! Kein Blut, keine Kerben! Ciri's Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert! Erstklassige Rüstung! Den Hersteller erkenne ich aber nicht! Ich weiß nicht einmal, wo er sich stammt! Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat! Was? Es ist also wahr! Die wilde Jagd! Das hatte ich befürchtet! Erst hier, dann auf Hindarsfjall! Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri! Aber... warum? Hmm... In Ciri's Adern fließt das ältere Blut! Hmm... Ihr Stammbaum reicht bis auf Lara Dorn zurück! Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten! Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich! Sie reist zwischen Orten und Welten! Raum stellt für sie kein Hindernis dar! Oh! Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen! Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindarsfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Arz Gellig zugeschlagen hat! Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war! Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere kaloppiert! Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann! Nächster Halt Hindarsfjall! Wir treffen uns am Strand bei Lofoten! Alles klar! Mhm! Wir sehen uns dort! Viel Glück! Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt! Ach komm! So böse scheint er jetzt ja nicht zu sein! So! Ehm! Wir wollten noch den Kindern von dem Jarl hier helfen! Wir machen erstmal das hier! Wo muss ich denn da hin? Das ist ja mal quer durchs gesamte Landreise nach da oben! Harviken? Was ist denn hier das Fjall? Ähm! Ich überlege gerade, wo wir als nächstes hingehen, schlauerweise! Der Herr von Unfilk... Runden... Okay... Ähm! Beides nicht so optimal! Die Familienklinge machen wir noch! Die ist in Reichweite! Hexe Aufträge haben wir auch noch! So! Auf geht's! Hä? So! Ich hab dich nicht ausgewählt! Nebenküsst? Vermisste! Ne! Ich will dich nicht ausgewählt! Wo ist der hier? Wo ist der jetzt da? Aha! Hätte ja sein können, dass ich treffe! Ich muss hinter dem Berg habe ich recht! Na okay! Ich kann hier unten lange halten! Rotbach! So! Warum müssen wir hier alles so eng bauen? Wer macht denn sowas? Da können auch keine zwei Leute dran vorbeigehen! Also aneinander vorbei! Oh! Habchen! Krieg mal! Das beheben wir doch mal gerade! Lass meine Plätze in Ruhe! Au! Du bist immer sauer! Ich bin wohl sauer! Nja! Du bist immer sauer! Du bist immer sauer! Ich bin ja auch nicht zu Hause! so denn ich bin bestimmt noch irgendwo in ein nest aber ich kann jetzt gerade nicht sagen wo was jetzt du stück dreck im plötzelsicherheit so denn blut wird natürlich immer gerne mitgenommen kann man ja für alle hand sachen gebrauchen wir sind ja schon fast da erst mal ein schiegelbrötchen mhm wahlfried der friedhof ihrer wahl mich auch wieder hoch doch so noch mehr hemd lang schwer und das finde ich ja mal schick so kann ich da ich kann auch bestimmt mal eben jetzt das sind die schnellreise dinger ja schlechte schiffe oder schlechtes wetter gibt es regnet wir denen ihr der jungfrau mutter und nun warum ich bin nur faul ach jetzt muss ich da wir dienen ihr der jungfrau mutter und nun warum bitte so ich suche sogar mal gucken wo kommen wir am einfachsten hoch beides suboptimal ok entschuldigung ja auf da hallo 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 worum geht's ich bringe dir dein eigentum kulio freya sei dank wo hast du es gefunden im norden der insel beim wahlfriedhof frag mich nicht wie es dahin gekommen ist lange geschichte jedenfalls brauchst du dich um die diebe nicht zu sorgen die stehlen nie wieder was deine belohnung die hast du dir wirklich verdient und noch etwas von mir wenn du kulio nicht gefunden hättest hätte ich die schande mit meinem blut abwaschen müssen die familie klinge ich werde nicht vergessen was du für uns bekannt hast jetzt kann sich wohnen so groß hat er fragen äh frage alle fragen was machen wir als nächstes nach fliegende häuser eigentlich eher nicht ich ja wo fahren wir hin es ist ja auch ganz woanders das ist ja das das ist das das ist da ich meine und war ja noch was da war noch irgendwas mit der schmiede oder nicht ja von und weg da machen wir und weg scheint jetzt gerade am schlau sind zu sein von wo aus starten wir denn von wo aus starten wir denn die frage können wir hier auch nochmal zwischen halten und dann gehen wir von hier einmal hier hin und dann gucken wir ob wir von da aus dann hier runter kommen wir können zwar bestimmt irgendein schiff absneaken wir können zwar bestimmt irgendein schiff absneaken so dann gebe ich mir ein boot das beste wetter zum boot fahren und vollgas kann ich auch mal eben noch die quests auswählen das hier müsste es gewesen sein ja hier schmuggler verständlich sicherlich nicht das nach kur und schmuggler fe schmuggler Das war's für heute. So Komm ran, komm ran, komm ran Plünen wir mal eben Ich hab keine Zeit für dich, geh weg Oh toll, wie überlastet das ist So, wir könnten nicht alle mal Ich bin weg Tschüss Oh shit Oh shit So und jetzt Schnell weg Schnell weg Sonst komm ich gar nicht mehr an Ein paar hundert Meter noch Kann ich hier denn anlegen Na ich komm jetzt mal hier Okay So ist mir wieder so überladen, dass ich gar nicht laufen kann Na hoffenweise Relikte, was ist denn das? Ach und hier So Hallo, guten Tag Ich bin jetzt Meister Surfer Geralt ist wieder auf den Start. So, wie ist denn der nette Mann? Ja. Ja, machen wir. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt, aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rosrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und... Ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlenkirne sind nicht weit. Na, gucken wir doch mal. Klar, langsam wieder ein bisschen auf. Ist das so schön? Was war das denn? Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott. Du hättest mich früher sehen sollen. 30 Meilen... Oh, Entschuldigung. Wir sind da. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die Schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Nun, äh, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nicht mein Element. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Ja. Hm. Der Kunde hat immer recht. Na gut. Oh, Jesus. Oh, toll. Sie drähen. Das ist immer so schön. Ich dachte schon, gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei, gleich ist er abgesoffen. Oh, toll. Lass meinen Aufschlaggeber in Ruhe, ich krieg noch Geld von dem. Junge, Junge, Junge. Ah. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Nun, ich habe keine Münzen dabei. Weise. Weise. Nicht wahr? Selbst die Hauptstraßen sind gefährlich. Nicht so wie früher. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Hier ist irgendwie Geldtechnisch, wenn du von irgendjemand was bekommen wirst, sehr schwierig, habe ich das Gefühl. Hier wird auch noch irgendwas nördlich von Arembion oder in Arembion. Das ist noch was anderes. Dann checken. Das ist noch viel weiter unten. Hier ist noch was. Ach, Fäuste. Das war da drüben. Das ist egal, wo das ist. Ach so, wo ist man lesen. Und ist hier noch irgendwas gewesen? Auch weiter unten rechts, ne? Hm. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Aber gut. Ach nee, warte mal. Hier ist er auftreten. Das ist so relativ um die Ecke. Und das. Das auch. Oh, guck mal, das ist der da hier vorne. Ich würde sagen, machen wir das beim... Beim nächsten Mal machen wir das. Ich meine, es ist immer wieder eine etwas längere Pause. Das ist nämlich wieder viel zu viel auf. Da muss ja alles rendern. Weil, seit dem neuesten, es dürfte euch ja eventuell aufgefallen sein. Die sind die Parts auch in 1080p. Das heißt, viel, viel schöner anzusehen. Kostet halt nur ewig Zeit. Das ist immer ein bisschen schade. Aber... Was soll's. Bestimmt nochmal hier bedächtig. Gibt es eigentlich die Möglichkeit das HUD auszublenden. Informationen. Tastatur zu. Bestimmt irgendeine F-Taste oder so. F... F5. F5 verspeichern. Ist natürlich doof. Mh... Anzeige vermerken. Position 1. Ah. Cool. Okay. Soll ich mir vielleicht mal merken. Damit ich noch ein paar coole Thumbnails machen kann. Aber das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und tschüss. Wenn du jetzt mal zum nächsten Mal. Moze. Doh. Maak.